Actually, ich brauche einen Win, dann bin ich Gold. Ich brauche jetzt neun Punkte. Oh, ich habe ne P-20-20-Skin, der ist kacke. Wait. Ich muss Damage mit Light Machine Guns machen, Moritz. Das ist nicht Alternator und nicht R99. Das sind doch LMGs. Das sind doch die Wolken. Ach ja, stimmt. Das sind die Wooschen und... Äh, nicht die Wooschen. Das sind Spitfire und... Und die Wooschen. Und die Wooschen und noch eine Waffe. Es gibt nur zwei LMGs. Oh, und ich dachte schon die ganze Zeit, warum... Okay, Muted. Mutesquats. Actually, unmute und ich mute nur ihn. Alter, und ich denke mir die ganze Zeit, warum geht der Damage nicht hoch? Ich denke, wir werden die Champion-Squats. Ich bin nicht sicher. What? Wieso müssten Rave-Mans eigentlich mal Mitte 20er sein? 2.000 Kills auf der Tür. Oh, nein. Okay. Okay. Let's kill him. Nein, schon. Soll das vielleicht abgeben sein? Ja, ich hab's verkackt. Äh, jetzt musst du mit unseren Pips kommen. WAH! Oh nein, er hat's nicht drin. Äh, ein Squad. Wait. On me. Nee. Nicht eins gut. On me. Moin alle. Er hat nen Goldpack. Ah! Oh. Oh. Ja, okay. Too many. Wir sind zu viele. Oh, ich mach das jetzt. Fah! Hilfe, ich brauch eine Arme. Wait. Wieso nicht die Bände aufmachen? Save me. Ich weiß nicht, ob ich dich saven kann. Die sind nicht mehr im Pit. Die fighten Rangel und Rano. Don't mind me. Just a friendly demon. Oder? Hast du nie noch nen Pit? Ich glaub nicht. Nö. Okay, rechts oder links? Also... Äh... Slumlex. Wie bist du... Wie bist du da gestorben? Wait. Also hier rechts. Okay. Der Mirage hat nur nen Goldpack gefunden und ich meld ihn einfach. Da ist ein hoher Schnitt von. Da ist ein hoher Schnitt von. Wo... Guck mal. Du... Wir rennen uns schnell hier durch. I guess. Ja Ja ich hab ne Armour gefunden Ich auch Du mieser Mungo Willst du uns gar nicht mehr machen? Ja Wieso fragst du wenn ich eine Wingman habe? So nach dem Motto so Also auf mehr Damage Auf mehr Damage würde ich ja schon gern verzichten Hammer Hammer Points Okay Jetzt nur noch die passende Waffe Und dann bin ich glücklich Und dann können wir versuchen nochmal die Runde zu holen Da ist auch noch ne Beak Achso Achso Ah ich hab noch gar keinen Disruptor fällt mir auf Die Beak nehm ich aber nicht wenn ich eine volle Wingman hab Haarfeinder lebt seinen Loot Fuck yeah Erstmal in die Zone Ja Hätte ich auch gesagt Ah hier ist jetzt alles drin was ich brauche Fast Ja fast Ja fast Und dann wundern die sich so höll warum hab ich ne Sperre Ich hab die Penalty Ich hab die Penalty Ich hab die Penalty Ich hab die Penalty Was ist da groß? F*** ja F*** ja Ich spielst du jetzt eigentlich LMGs? Nein Nein Alter Ich hab das überhaupt nicht gerafft What the fuck Weißt du was du machst Die müssen jetzt nicht mehr Ja jetzt Ja muss ich ja jetzt Jetzt weiß ich ja wie Das heißt du spielst jetzt LMG? Ja diese Runde nicht Nein du kannst die als Hörneter nicht haben Na ich hab ja eine So Ich frag nur weil ich hab ein LMG für dich Achso Ne ich fang nächste Runde an Oh Oh on me bei Bunker Wait Bei Bunker? Ich sollte vielleicht nicht Oh du bist Containment Ich sollte nicht alleine hingehen Das sieht so bosshaft aus Wenn Wenn der Skullpiercer jetzt Gold ist Ja Ich hab nur irgendwie das Gefühl ich find den öfter Ja ich komm I'm on the way Bra Also ich brauch noch den Same Du wahrscheinlich auch Da hat sich das ganze Ozu-Spielen ja ein bisschen gelohnt wenigstens Ähm hier Oh nein Warte hier ist ne P2020 Warte hier ist ne P2020 Also wenn du möchtest Du sagst da ist ein Vierer Barrel Äh ein Dreier Barrel Äh ein Dreier Barrel Ja dann hab ich da gerade hingelegt Alter das sieht zu behindert aus Was war Mozambique Bunker Alles klar Du willst Bunker gehen Mister Moritz Es leben nur noch vier Squads Nice hallo Hallo Oho Die bluten gerade Wahrscheinlich auf der anderen Seite Ja okay Überraschen wir die mal Hier oben Hui Dattest du nicht überraschen Hui Hallo ist Hui Stuck Nichts getroffen Ob der das warten soll Die kommt Ich mach mal ganz kurz die Tür kaputt wa Chill Auf dem Dach Da Weißt du was Ich werfe den jetzt ab Ich hab ihn nicht getroffen Alter ist ein Erlaub Der hat drei Armour Diese Box ist ein bisschen im Weg 61 AP Ja man P20 Wieder in dem Ding Dreier No Isch P2020 G20 Muss ich noch was sagen Was eine geile Kombo Was eine geile Kombo Wait 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 Ah okay Ah okay Wolltest du den Biken scannen? Ich werde nichts sagen Ich werde nichts sagen Aber meine beiden Waffen sind komplett full Das einzige was ich noch brauche ist eine Digital Thread für die P20 Und den Disruptor Da habe ich auch Oder brauche ich auch Deswegen habe ich den jetzt ausgetäuscht Weil ich glaube nicht dass wir den in dieser Runde eventuell noch finden Oh Ist ein Drop? Wo ist der Drop? Ja So Ach was eine coole Kombo Okay Okay Willst du hoch auf Willst du hoch zum Haus? Ja Habe ich kein Steps gehört Oh liebe Wo ist der fucking Drop? Wo ist der fucking Drop? Ich weiß es nicht Wo hast du gepinkt? Dass einer ist? Da oben drin ist einer reingerutscht Von da oben runter Einer? Ja die anderen sind wahrscheinlich schon drin Oder er ist alleine Wie wäre es wenn wir da hingehen? Links herum Tja Wait da war einer An dem Da Am Drachen Der hat Geräusche gemacht Der hat eine Zipline Er hat eine Zipline geschmissen Der hat den gerade erschossen Ja stimmt Da ist eine Zipline Warte der geht die Zipline hoch Oh der hat einen Laufenindruck Ja Das sind Börsen am Laufenindruck Oh die haben uns gesehen Yikes Yikes Airstrike Oben aufm Dach Aufm Dach Ja Ja Glaube ich Ich muss Amo heilen Ah der hat mich gesehen Ja die haben wir sogar bloße Ich schreit sie nicht Also rückzug Also rückzug Ja Ich rückzug Ich werde die nicht fallen Ich werde hier hoch wieder gehen Oh 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 Er hat einen Disruptor Fuck Hier ist eine Zipline am Haus Ja die war aber schon da Okay War das unser Plan Die sind hier Okay Ich weiß was unser Plan ist Links Hab ihn Rechts Rechts am Haus Hinter mir hinter mir Oben wo wir waren Oh doch oben Ich bin weg Dario Ich muss mich heilen Konntest du denn einen finishen? Nein konnte ich nicht Da hoch Okay wohin? Da Aufs da Da wo die sind Da hier hoch Okay Der Pathfinder ist low Ich komm Keine Ammo mehr der Pathfinder Einer down Nice Beste Waffe im Game Beste Waffe im Game Gold Allah Müsste ich jetzt auch sein Ich hab über 5 Kills gemacht Ja ich hab 7 Stück gemacht Einen 797 der Feels bad Beste Waffe Okay Dann war's das mit der Apex Mit dem Moritz Bye 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 A React